Oh. Ich hab leider nur zwei Hemde für euch. So kann ich euch alle drei freuen. Selma ist noch skeptisch, oder Selma? Wir. Du bist noch skeptisch. Selma ist noch skeptisch. Die stalkt einen. Aber sie ist noch vorsichtig, ne? Na sie? Nein, oh Gott. Aber Luz? Also Luz möchte sich gerade nur von Christian streicheln lassen. Von mir nicht. Vielleicht steht sie einfach mehr auf Milla oder so. Oder sie ist selbstsicherer mit Cooper. Irgendwie, dass sie sich von mir auf dem streicheln und Cooper dabei ist. Aber jetzt geht's. Cool. Luz? 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 Luz ist er in der Milla? Luz? 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 Vielen Dank.